Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Survive Fallout 4. Und zwar hat man mir gesagt, ich habe doch tatsächlich noch ein Magazin vergessen. Im Vorratslager. Dann habe ich einen Mod noch verändert, aber ich sehe gerade, das betrifft... Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. ...betrifft die wohl nicht so sehr, die schon da sind, die Leute. Und zwar... ...hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Haben sie nur noch leichte... ...wächst hier alles ziemlich gut. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, solltest du es dir mal ansehen. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja, ich habe Heavy Armor weggemacht. Die haben jetzt noch leichte Rüstung. Die Nächsten, die kommen. Die hier hatten noch Glück. Ein einfaches Leben ist das nicht. Aber der Rest hat nur noch leicht. So. Und dann habe ich... Ja. Place Everywhere oder Anywhere funktioniert bei mir irgendwie nicht mehr richtig. Es gab wohl auch jetzt ein Update. Ich habe es versucht heute, aber irgendwie kriege ich es nicht mehr installiert. Gut. So weit, so gut. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Zins, die mich ausspionieren wollen. Nö. Nö, bin ich nicht. Ich wollte jetzt mal gucken, wo waren das Vorratsdingen? Wenn es in der Nähe ist, okay. Aber wenn es zu weit weg ist... Nö, ist er hier in der Nähe. Dann gehe ich da das Comic nochmal holen. Das Magazin. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Wir sind hier fertig. Ich... Ja. Bisschen fett. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Gute Arbeit. Mach weiter so, okay? Wir brauchen mehr Leute wie dich. Danke. Gut zu wissen. Nicht vergessen. Unterstützt eure Minutemen vor Ort. Du bist ein echter Held. Davon gibt es heutzutage nicht mehr viele. Das ist für dich. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es dient der Sache. Priscil, was hast du denn gekriegt? Ich bin ganz Ohr. Klar. Hier ist mein Vorrat. Ja, ich will mal gucken, was er hat. Er hat nur noch 28 Plasma. Dann soll er doch die erstmal ausrüsten. Sonst hat er nix. Stimpack. Kronkock. Ah. Kronkocken hast du also gekriegt. So, so. Ne, Plasmakartuschen hat er ja noch. Ach, ich hab nur 28. Aber die kann ich mir geben. Wo sind sie denn? Da. Da. Kann er die ja sowieso dann. Dann kann er die noch nehmen. bis er seine Magazin leer hat. So. Gut. Wir ziehen los. Wo ist es denn? In die Richtung. Ja, wir haben ein neues Gewehr. Wenn man schießt. Also Gewehr, Revolver. Aber ich hab's ein bisschen aufgemutzt. Moment mal. Na. Fängt ja schon gut an. Er ist kalt geworden. Ich bin leicht. Ich werde leicht verkältet sein. Werden. Ne, ist keiner mehr. Hab ich alle umgebracht schon, oder? Na, nach oben. Ne. Gewollt. Raus, Dock mit. Habt ihr gemerkt? Es macht Zeitlupe. Aha. Nett. Irgendwas nützliches? Hä? So, wir müssen da nochmal hin. Ich hoffe nicht, dass sie so schnell respawned sind. Nein. Ist alles... ...rück. Alles tot. So. Ja, wir müssen leider nochmal rein in den Irrgarten. Jetzt bin ich schon verwirrt hier. Ach, da unten. Ein Magazin haben wir vergessen. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Und das andere da in der Schule. Ich hab's mir aufgeschrieben, wenn wir mal in der Nähe sind, dass wir dort nochmal reingehen. Also, da werde ich jetzt erstmal nicht hinflitzen. So. Ich glaub, hier rum war das. Ich sag, wann sind denn da Minen? Oder bin ich hier noch nie hergelaufen? Kann auch sein. Okay. Ach, bin ich doof. Ich bin sowas von doof. Ich wollte Licht anmachen. Sind keine mehr da. Ah, jetzt sind wir hier oben. Den Weg, den ich immer gesucht habe. Okay. Was ist keine mehr da? Ein Zinkanister. 308. Spricht der gerade einen Molotov-Cocktail. Stealth-Boy. Hat sich ja voll gelohnt. Ich bin enttäuscht. Gut. Jetzt, wo war Red? Hier, Dingen. Was ist hier? Auf den Tisch, irgendwo habe ich es liegen lassen. Hat man mir gesagt. Das war doch bei... Bei ihr. Irgendwo im Kapüffchen. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Mensch, ich hab doch keine Orientierung hier. Den hatten wir schon. So. Ach, hier war das. Genau. Da hab ich doch tatsächlich das Heft liegen lassen. Alles vom Tisch genommen. Aber hier, da. Ausgezeichnet. Du bist dauerhaft beim Schleichen-Jurika zu entdecken. Genau. Das hab ich. Und wir haben Level-Ups. Zwei Stück. Da wollte ich mal einen noch nehmen. Mal gucken, ob ich das machen kann. Und zwar... Dein Begleiter oder Hund kann mehr gegen... Ach, das interessiert eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Zeit allen... Ach, das können wir mal machen. Oder? Ja. Inselbegabung. Was ist das? Beim Ausschlag mehr Gegenstände. Nehmen wir das. Gut. Wir haben's. Nochmal kurz abspeichern. So, dann kann's auch weitergehen. Und zwar, wo gehen wir hin? Ja, Eber Neffy Farm. Da war noch was. Eber Neffy Farm. Verteidig Eber Neffy. Weiß nach Eber Neffy. Genau, das machen wir. Ausgang. Jetzt muss ich den Ausgang wieder suchen. Ausgang. Ja. Hier hoch. Weil, äh... Ja. Ist ganz gut, dass wir dann ein bisschen Richtung Sanctuary dann laufen. Weil da sind ja auch einige Leute wieder... Ähm... Ich werd mich jetzt hauptsächlich um unsere Farmen kümmern. Den Ort könnte man problemlos gegen eine ganze Armee verteidigen. Was wird mir denn noch angezeigt? So. Hier war nix drin. Eber Neffy Farm. Ach, da war nur noch die Lampe. Gut. Ermüdung. Ja, ja. Wie immer. So. Oh. Oh. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Immerhin ist es nur einer. Wo denn? Sehr gut, Dogmeat. Gut. Weiter geht's. Also gut, dass die Waffe halt, ne? Ja. Ist gut zu gebrauchen. Oh, Dogmeat hast du mich geschreckt. So. Richtung Heimat. Ja, da müssen wir was bauen. Ne, ist Sunshine Tiding. Da wollen wir ja nicht hin. So. Die sind alle happy. Ich nicht mit dem, was ich hier sehe. Och, wieso denn? Jetzt. Wir müssen da rüber. Da über die schwebende Brücke. Oh Gott. Warum? Fall ich runter, wenn ich da... Ja. Naja. Ist halt so. Kann man nichts dran ändern. Spiel braucht halt ein bisschen. Okay. Okay. Ist das sowieso meine Lieblingsbrücke hier? Ich höre geschieße. Das wird ja wohl nicht... Aber Nephi sein. Oh, Preston. Ich hab mich gerade noch so... ... so... ... Augenwinkel nicht erkannt. Okay. Okay. Oh Schlecht ziehen kann ich gut Okay Haben wir wieder ein bisschen Fleisch Götterkeule Ich hab da noch einen hier erledigt Aber keine Ahnung wo Da Gucken, gucken, Fleischvermischling sind Oh, hallo Ich hab da noch eine Reißkabattrug Kalibriert und mächtig Lederrüstung, Sack kaputt Oh, der Leder Gut Hat eine Lampe Ja So, wir wären dann auch jetzt gleich da Bei Ebenefi Okay Aber ich würde doch dann gerne Eine andere nehmen So, was ist hier los? Nicht viel, ne? Nicht viel, ne? Es schläft da drinnen Ja, hier haben wir auch noch nicht großartig gebaut Muss ich auch noch bauen Wo kommen wir denn rein Hier Hi Ich hoffe, du bist hier um zu helfen Äh, ich helfe gern Ganz genau Was für Probleme gibt's hier? Vor ein paar Tagen Vor ein paar Tagen sind Supermutanten aufgetaucht Waren nicht viele Aber sie haben eine Menge Schaden angerichtet Bevor wir sie vertreiben konnten Es grenzt an ein Wunder, dass niemand getötet wurde Aber ich fürchte, sie werden wiederkommen Und dann mit Verstärkung Wir haben die das erste Mal gerade so abwehren können Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns helfen würdest uns zu verteidigen Ja Klar Ich will nur ein bisschen handeln Hey, na klar doch Legen wir los Oh, wo geht's raus? Sie sind überall Die Hände getötet Bei euch So J probier Das war's schon Gut, wir wissen aber, was wir zu tun haben. Ähm, und zwar müssen wir bauen hier. Ja. Es ist notwendig. Denn ihr seht Betten 15, 13 Leute, okay. Es sind noch gar nicht so viele hier. Aber der Schutz halt fehlt. Aber ich muss mich erstmal nochmal hier orientieren. Wo, wie, was ist. Wie weit. Ah, hier habe ich einen Laden hingestellt, okay. Dann bleibt das auch hier als Den kann ich nicht nehmen. Als Geschäftsfläche. So. Essen haben sie 17. Okay, 17. Wollen wir die Farm einfach so lassen oder alles wegreißen? Und einfach nur eventuell noch ein paar Mutterbeeren da rein. Ich meine, auf eine Art wäre auch gut, oder? Ja. Und hier ringsherum Häuser. Ja. Huch. Was haben wir hier? Ah, eine Fabrik. Okay. Hm. Das ist jetzt die Frage. Sollen wir das hier so lassen? Okay. Weißt du, was wir machen hier? Ein Feldmutterbeeren. Und vorne, das da reißen wir ab. Genau, so machen wir das. Okay. Aber wisst ihr was? Das machen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks, wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wie ihr wisst, ab dem nächsten Part bauen ist angesagt. Hier auf schön Ebeneffi. Außer das hier. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen, dass wir da nichts bauen. Nun gut. Ich bin erst mal weg. Bis dahin. Adios. Adios.